Hallo, ich bin Pauline und ich bin Daniel und wir studieren beide dual an der Europäischen Fachhochschule. Was kann ich bei euch machen? Wir sind die Europäische Fachhochschule, kurz EUFH, und haben derzeit Standorte in Brühl, Neuss und Affen. Wir bieten duale Studiengänge an und bieten da derzeit die Studiengänge Handelsmanagement, Logistikmanagement, Industriemanagement, Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftsinformatik und General Management an. Welche Studienmodelle werden angeboten? Wir bieten zwei verschiedene Studienmodelle an. Zum einen das Blockmodell. Im Blockmodell ist es so, dass euer Semester unterteilt ist in jeweils drei Monate Theorie und drei Monate Praxis. Im fünften Semester ist ein obligatorisches Auslandssemester angesetzt. Anders als im 2-plus-3-Modell, dort ist eure Woche an sich unterteilt. Dort seid ihr zwei Tage in der Woche an der Hochschule bei uns und studiert und drei Tage in eurem Unternehmen. Warum sollte ich zu euch kommen? Zum einen sind wir Pionier auf dem Markt und zum anderen helfen wir euch bei der Unternehmenssuche. Das bedeutet, dass wir mit euch zusammen das perfekte Unternehmen suchen und euch dabei insofern unterstützen, als dass wir uns beispielsweise mit euch zusammen eure Bewerbung gucken und diese optimal für den passenden Arbeitgeber erstellen. Und auch mit euch zusammen ein Vorstellungsgespräch einfach mal üben, um zu sehen, wie das Ganze für euch im Vorstellungsgespräch später ablaufen soll. Das duale Studium dauert bei uns drei Jahre. Im Block-Modell, wie eben beschrieben, läuft das Ganze so ab, dass ihr studiert und im fünften Semester habt ihr dann ein Auslandssemester. Da könnt ihr frei entscheiden, wo ihr gerne hin möchtet, beispielsweise Bali oder Neuseeland. Ihr könnt aber auch nach Amerika gehen. Im 2-plus-3-Modell sieht das ein bisschen anders aus. Da könnt ihr an euer Studium noch ein Auslandssemester hinten dranhängen. Sprich, euer Studium würde sich dann um ein Semester verlängern. Ihr könnt eure Bewerbung direkt online einreichen und werdet anschließend zum Assessment-Day bei uns eingeladen. Das ist eine hausinterne Prüfung und anschließend, wenn ihr den dann bestanden habt, geht es auch direkt auf Unternehmenssuche zusammen mit uns. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Unsere Seite heißt dort eofahr-students. Da posten wir immer aktuelle Sachen. Also da gerne mal vorbeischauen und wir freuen uns auf euch. Das ist eine hausinterne Sache.